Da hin. Und was ist das? Finny, komm her! Finny! Finny! Hoi! Ja, der Gang ist das interessanteste. ist das interessanteste. Und? Ja, der Gang ist das interessanteste. Bis jetzt zu der Trünen. Finny. Hi. Ist das angenehm da drin? Finny. Wieso gehst du schon von uns? Und? Ähm. Santa's Android. Ich überlege gerade, ob ich das irgendwie wieder herstellen soll. Hallo und Willkommen Millicra. Heute machen wir das Video. Und dann ist das Katzenvideo fertig. Also die Katzen schauen uns heute an. Eigentlich sollte das jetzt Weihnachten kommen. Aber ich habe es ein bisschen vergessen, dass wir das noch haben. Und ja, ich hoffe das Video gefällt euch. Und dann, ähm, ja. Starten wir gleich mal rein. Und gefällt's dir? Ja. Und gefällt's dir? Ja. 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 Da ist auch ein Loch. Ja. Upsi, tut mir leid Maus, Finny, da bist du, Hattie, gehst du noch rein, nein, so, ich weiß nicht, ob das jetzt so interessant ist, ich werde jetzt mal die Videoaufnahme ausmachen und dann, wenn etwas Spannendes passiert, dann film ich das natürlich. Ja, die Maus ist da drin, und das beginnt so wieder, das typische Katzenloch, das hier oben in meinem Bauch. Ruby, das passt mir nicht. Okay. 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 Hi, schaust du wie es lacht durch? 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 Nein, das beißt man nicht! Klebeband beißt man nicht, Ruby. Verstanden? Schau hier durch! Wo soll denn das Loch entstehen? Madam? Ruby? Mouse? Mouse? Dann müsstest du rausspringen können. Woher geht das nicht? Oder geht das nicht? Sieh, willkommen! Eigentlich sollte das ja das Weihnachtsgeschenk werden. Ich habe voll drauf vergessen. Das Weihnachten habe ich voll drauf vergessen. Jetzt weiß ich es ja wieder. So, ähm. Ja. Wenn die Fini dann kommt und das noch beschnüffelt, dann zeige ich es euch. Da ist sie auch schon. Da kann man gut spielen, oder? Tschüss. Kriegst du Licht da drin? Tschüss. Ich werde jetzt gerade nicht gestalten. Ich werde jetzt noch ein bisschen streifeln, oder? Ich werde jetzt noch ein bisschen streifeln, oder? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und ja. Bis zum nächsten Video. Tschüss.